Ja, Delirious gegen den Giant. Geh jetzt immer von oben nach unten runter. Vielleicht ändert sich da ja noch was. Gegen den Giant. Bischow hab ich ja rausgenommen, weil der Giant ist cool. Der hatte noch Haare. Er war jünger, jünger und agiler. Und dass er bei NWO war, ist jetzt vollkommen nebensächlich. Wird schon passen. Ja, Delirious und Chris Sabin haben übrigens Mario Kart gespielt. Und Delirious hat drei von drei Cups gewonnen. Seitdem ist Chris Sabin noch so ein bisschen angepisst auf ihn. Nur so als Nebeninfo. Dass ich auch mal ein bisschen Back-Info kriege, die ich mir irgendwie so dazu dichte. Nein, jetzt schlägt er erstmal auf den Giant einfach mal ein. Gut, warum auch nicht? Er kann ja auch einschlagen, wie er will. Aber treten kann er auch. Und er macht's eigentlich auch genau richtig. Einfach auf den Giant einschlagen, bis dieser irgendwann mal liegen bleibt. Und ne schöne Kopfschere. Ja, da wollte der Giant eigentlich zuschlagen. Oh, kopflos in Rücken. Und Widerschläge. Die wirken gut gegen den Giant. Und jetzt darf der Giant auch mal ein bisschen zufemsen. Und er tut dies auch. Nur das Einschlag von ihm, ungefähr zehn von Delirious sind von einer Stärke. Ich glaub, Delirious ist der Wuner zwischen 70. Warum steht der immer wieder auf? Mal gucken, der findet er ja gegen den Giant-Rezept bei Cooking Mama. In Teil 1 oder Teil 2. Schöner Konter. Ach, und da probiert er noch mal das mit diesem Ding, was ja irgendwie die trifft. Oh, da setzt der Giant sein ganzes Körpergewicht ein. Da kommt noch auf die Schulter. Auf den Arm, Elbo, was auch immer. Auf jeden Fall tut's weh. Und... Sideslam. Ja, ja. So sieht's aus. Vertical Suplex. Also wenn Delirious hier nicht bald mal was tut. Wie, dann sollten wir jetzt schon Konter ansetzen? Bisschen früh, oder? Kommen wir doch locker raus. Ah, Insekiri geht wieder mal daneben. Na, schöner Konter. Da rennt er aber auch wie zu. Na, warum auch nicht? Oh, das gibt einen krachenden Wildnänen. Ne, normaler Wildnänen. Oh, mit dem Hintern voran. Und Delirious sieht Sternchen und geht es noch raus. Und kommt zurückgeflogen. Mit einem Dropkick. Na, Augenpixer. Von La Big Show. Ich frage, die faireste Art, wie er hier vorgeht. Äh, ist ja gar nicht. La Big Show ist ja Giant. Obwohl es eigentlich dieselbe Person ist. Nur, dass der eine Haare hat. Na, und Delirious haut mal wieder ab. Oh, der Giant hinterher. Ja, Delirious auf dem Seil. Oh, oh, wunderschöne Aktion. Aus dem Nichts. Oh, das hohe Knie. Eines Big Shows. Äh, ich meine, eines Giants. Giant Big Show. Ich glaube, ich bleibe bei Big Show. Oh, Aufgabegriff. Ah, kommt Delirious aber raus. Ich glaube, das wird Delirious sein größter Kampf hier. Und auch, glaube ich, sein härtes da. Und er wieder draußen. Ja, und jetzt darf Big Show ein bisschen draußen bleiben. Ja, und das steht ja direkt vor Delirious. Derерв miljö Und der, der erstmal mit einem Schlag ankommt. Nur ein zweiter. Und einen dritten. Und dann liegt Big Show. Wow, that's a reversal. Ah. Schreckt, Mensch. Mit so viel Augen, Big Sar. Das ist nicht fair. Obwohl Sie aber kommen, että sinverniässä. Äh. Matthäckchen. Ja. die Ries das Schläge so sind so ein bisschen Federmäßig aber erwartet und was kommt jetzt ja probiert mein Signature Jahr aber er kann ihn sogar hochheben einmal Applaus die Meute antoben obwohl das bisschen glaube ich zu lange war Aufgabe Griff aber da ja ich wollte gerade sagen das ist am Rope das wird nix oder nimmt da ihn hoch Backbreaker zu den Seilen auch Trophäen hat ich kriege auch noch die ganzen Trophäen hinterher gespießen oder was auch Cover vom Big Show äh Giant da werde ich mich glaube ich nicht dran gewöhnt und Finisher Cover aus dem Nichts da kommt er auch noch raus und er hat selber auch einen Finisher voll Na Dankeschön Konter ja und da kommen wir diese Vader Schläge nur mit einem Arm Dritte ins Gesicht und dann nimmt er Anlauf und läuft 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 äh ja und läuft und läuft und läuft und läuft ich finde das jetzt lustig aber er es geht nicht weiter so dass es so eine Stunde laufen lassen die die das hätte nur die sagne die Trittidechte die Lide nach Gott sei Dank der WC so hat schon gedacht ich muss das Match des Neustadtmaler zum Bank drin ist aber ein schöner Backaufgeber die Idee die 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 der Delirius ist immer für eine Überraschung gut die Uhr da hat er sich wieder mal in die Boxer Stichlis Schatzhof. Meine Güte, Delirious, der geht, aber Rania stummt und... Wollten wir an den Magen treten. Oh, du. Die hat... Jo, Godzilla-Schrei. Super. Da wurde der Finisher jetzt akkurat hin und her gereicht. Delirious mit dem Finisher. Und war es das? Jawohl, Delirious gewinnt gegen den Giant. Meine Güte, das war aber jetzt auch ein Hin und Her. Heidewitzka. Erst wird der Finisher vom Giant gekontert, dann von Delirious. Und dann kann Delirious mit dem zweiten Finisher nachkommen und gewinnen. Ich glaube, die beiden treten häufiger gegeneinander an. Ich hoffe es zumindest. Delirious feiert. Der spielt gleich eine Runde. Mario Party. Mal gucken, ob er Chris Savin nochmal dazu überreden kann. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, jetzt haben wir noch Justin Gabriel gegen Chris Jericho. Das hat natürlich Chris Jericho gewinnt. Vermiss gegen Damien Sandow. Vermiss gewinnt. Roman Reigns gegen Diesel. Ja, es gewinnt Diesel, das ist ganz klar. Jetzt haben wir noch einen Rivalitätsmatch, aber erstmal werden die Nachrichten hier gelesen. Mit absoluter Respektlosigkeit hat Damien Sandow nach dem Match weiterhin vermiss angegriffen. Die Spannung steigt jetzt, wo Roman Reigns und Seth Rollins in den Titelkampf gewiesen und schauen, mich ist richtig drauf vorbereiten. Okay, dann kommen wir gleich mal zu dem Match von Hellscorpio gegen Randy. Macho Man. Uh, ja. Schon wieder der Savage. Und diesmal ohne Sonderregeln. Es ist kein Submission, kein Extreme Rules Match, kein, keine Ahnung, Cage Match, kein Hell in the Sand Match. Es ist ein stinknormales Eins-gegen-Eins-Match. Gucken, wie es ausgehen wird. Und mal sehen, was hier passieren noch wird. Also danach dem Match vor allen Dingen. Weil es ist eine Rivalität. Deswegen, man kann nicht wissen, was passiert. Außer, dass jetzt eine Close-Line war und ein Knee-Drop oder mit Ellbögen oder was auch immer. Konter. Ah, der Matchman kontert aber auch. Nochmal Konter. Ja, inzwischen kennen die beiden sich sehr, sehr gut. Haben ja auch schon ein paar Menschen gegeneinander gehabt, daher wissen sie, was der andere so im Repertoire hat. Ich hoffe, das war jetzt richtig aus dem Schmord, das war eigentlich ein französisches Wort. Schöner DDT, obwohl, für mich sind alle schön DDTs, schön. Nochmal Whip-In, sehr Whip-In reich hier. Konter vom Macho-Man. Ein Macho-Man, der gibt jetzt Gummi. Ist ja auch kein Wunder, bei Extreme Rules gab es ja wirklich eine Klatsche. Aber in diesem Falle muss L. Scorpion auf seine Kettlusticks verzichten. Er darf sie nicht an. Ja gut, er, was heißt darf? Er, ja er darf es nicht, aber er kann. So ist es ja nicht. Er kann es ruhig einsetzen, wenn er dafür das Match opfert. So ist es nicht. Machen darf man alles. Nur regelkonform ist das, was anderes. Nochmal DDT. Ist immer ein schöner Move, um Gegner unten zu halten. Ja, gibt es nochmal mit dem Ellbogen. Na, Konter von Macho-Man und eine Topic-Drop direkt auf den Po. Ja, sowas tut weh. Ja, die beiden kennen sich einfach schon zu gut. Wir wissen, wann wer was irgendwie vorhat. Zumindest zum größten Teil. Außer so Aufgabegriffe, die sieht man von der Scorpion ja nicht so häufig. Oh, der Mann schon mal kriecht zum Seil. Das wird wohl ein Rob-Break werden. Jawoll. Ah, da schmeißt ihn der Macho-Man einfach mal weg. Ellbogen auf den Hinterkopf. Erhöht ja bekanntlich das Denkvermögen. Und da will er schon das Match beenden. Mit diesem Suplex-Stunner. Cover gleich hinterher. Nein, da kommt der Macho-Man gerade noch raus. Aber jetzt ist der Macho-Man definitiv sehr angeschlagen. kann aber noch Konter, er gibt noch Lebenszeichen von sich. Das ist schon mal gut. Oh, der Match-Man zieht in Richtung Ringmitte. Das dürfte aber eigentlich ein sehr belangloses Unterfangen sein. Erschläge von Randy Savage. Konter, ein Roller. Nein, da kommt... Und... gegen ein Roller. Wird aber wieder umgedreht. Ja, diesmal wird's nicht umgedreht. Oh, da rennt er es. Goppy erst mal gegen den Turnbuckle. Und da gibt's nen... Vertical? Vertical Suplex. Mit Cover. Oh, ha. Sehr viele Covers in sehr kurzer Zeit. Und... Ja, ich glaub, da sollte ein DC oder ein Suplex raus werden, aber... Es hätte nicht sollen sein, stattdessen Aufgabegriff vom Macho-Man. Es ist kein Submission-Match, aber wenn du durch Submission gewinnst, ist das ja auch immer... sehr, sehr vorteilhaft ein Knee-Drop. Ah, da springt er ihn einfach an. Auf die Rübe. Dann nochmal mit dem Ellbogen. Ah, Reversal. Ein Roller erneut. Umgedreht. Nochmal umgedreht. Und das war's. Das gibt sie. Mit Glück. Mit Glück. Mit Glück. Das hätte auch wirklich wieder andersrum ausgehen können, aber durch einen Einroller. Ich glaub, er ist jetzt wieder in seiner alten Form. Er bietet ihm die Hand an. Gutes Match, trotz Einroller. Ne, der Macho-Man ist jetzt stinkig. Hab ich wahrscheinlich auch gedacht. Pah. Das ist doch kein Sieg. Erst rollt der Skorpion den Macho-Man ein, dann wird's umgedreht. Der Skorpion dreht nochmal um... Und... bekommt so den Sieg. Das ist ja auch wirklich. Das ist ja auch... Das ist ja auch...